Ok, neil! Sueee! Wollen wir ein bisschen Fortnite testen und danach ein GTA? Ähhh... Das Ding ist, ich hab Durchfall. Bist du gerade? Ja... Oh sorry... Ja, aber da kann ich ja nicht, ich kann ja nicht hellsehen, du nix hat. Das Ding ist, ich hab Durchfall, weißt du? Ja. Ich kann selber nicht fassen. Ja, weil er hat nicht mit Modding geredet, oder? Und wahrscheinlich nicht nur ich. Für so einen Kommentar bekommst du SMS ab. Kuss. Stimmt. Das war's dann von mir an dieser Stelle. Ich hab, äh, du hast gemacht, dass dein Account gehackt wird und alles abgestoßen wird. Scheiße. Ich verschone euch gleich, Chat, aber gerade ruft Nestler an. Hallo? Was geht, Jungs, ne? Mal wieder ein bisschen Plastimüll ins Meer gelehrt. Ich weiß, ja, ich weiß. Der meiste Mülle sind die Fischernetze, Digga. Sind nicht eure Flaschen. Was? Mal wieder ein paar Quellen leer gepumpt. Leute haben kein, äh, kein Wasser mehr für ihre Felder. Kein Problem, Digga. Sollen ihr das Wasser doch einfach im Lidl kaufen, Digga, für drei Euro pro Flasche. What the fuck? Junge Nova. Alter, was geht bei Antonia und in genau diesem Moment muss Celanzo, das wird die Frau meiner Kinder. Oder auch nicht. Ja, ist so ein Ritt. Oh nein, jemand hat mein Elbestexterei gemacht. Welcher ehrenlose 31er war das? Welcher 31er? Ich will das hier nicht mal angucken. Ich bin, oh mein Gott, ich grünsche ich jetzt schon weg. Ich kann mir das nicht angucken. Ich habe mir auf den Boden gerollt und einfach ein Haar kassiert von mir. Und wenn jemand das Film mit mir oder nicht geht, war das richtig? Ja, oder? Weißt du, an mich die Dinger erinnern? Oh, das war hart zu schauen. Das war richtig hart zu schauen. Oh, ich hatte in der Tat englische Leistungskunst. Was soll ich sagen? Wenn Leute dabei sind, werden die immer nervös. Die Dinger, ah, die, die mir der, der Dings. Immer, eh, bei, und dann. Oh, das hat sie schon. Oh, war das hart. Kennst du das? Abitur, ja. Nee, ich mach sowas nicht. Äh, Karls, in der Zeit hat mir zu schreiben. Was ist das? Wait, hat er sich das nicht gerade in die Nase gesteckt? Hä, das macht gerade keinen Sinn. Hä, aber warum macht ihr das so? Lazzierer, in der Zeit hat mir zu schreiben. Hey, warum müsst ihr nicht in der Zeit? Da schreibt einer Montes linkes Ei-Redet. Hahahaha. Baby in the backseat. Smoke in the car, got me nice beer. We vibe in this melody, it's okay, shit. Der ist scheiß verur... Ey, was ist? Alter, ich hab das... Fall dich? Ich hab das erst mal nicht verstanden. Ich dachte so, hey, was meint er mit linkes Ei? Und dann dachte ich so, das ist das linke. Das ist das rechte, den wir voll verwendet. Oh, da war er wieder. Der scheiß verur... Ey, was ist? Ja, gleich geht wieder die Zunge raus. Zeig, wie es ist. Da ist ein Auto, Carsten. Ausgestiegen. Wieder geschützt. Mann, ihr seid solche... Und dann... Das Geschütz müssen sie auch rausmachen. Hab ich falsch verlegt? Das ist der dämliche Hund weg. Jetzt setzen die die ganze Zeit so ein Geschütz. Diese Battlefield-Boomer. Das fuckt so ab, Digga. Es ist immer irgendeine unnötige Scheiße drinne, damit Bernd, 60 Jahre alt und fünffacher Vater, irgendwie Kill kriegt, wenn er eine Stunde Battlefield spielt. In der scheiß Woche. Mann! Stream kannst du nur als Partner, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja, ja, das kannst du nur als Partner. Ja, er meint halt, dass die Leute machen... Ja, arschgeil. Also, das Holz da oben ist echt so ein Floß nehmen. Aber ich sag euch, Chad, der wird richtig gutes Holz damit haben. Also mit dem Baum, den er da jetzt gesägt hat, hat er perfektes Holz. Zum Floßbohr nehmen wollte. Ist komplett morsch. Der perfekte Holz. Diese Vorlage für den... Gut, Miki, setzen wir dann mal nicht im Wald ab. Sonst kommt er nicht mehr wieder. Aber ich auch nicht. Diese Vorlage für den Clip ist einfach. Ich bin so im Headdisch. Nein, 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 weil ich immer abkürzen muss. Nein, ich wäre Faro des Tages geworden. Ich hätte vielleicht noch Ruby geholt. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Und ich muss mich ganz zusammenreißen, dass ich nicht hier ein paar Tränen verdrücke. Anton hat Messi kennengelernt. Ich bin überglücklich für den wirklich. Der hat, als er mir das erzählt hat, er hat gesagt, du darfst das keinem sagen. Und er hat sich so hart gefreut. Vor der Messis don't go. Ich stelle mir jetzt gerade vor, weil jemand das in den Kommentaren schreibt. Gigant trifft das erste Mal Frank Rosin, Digga. Das war es mit dem keinem sagen. Ja, aber das Video ist ja schon online. Gigant, du passt. Anyway, das ist dran, Alter. Klingel doch bei Justin Bieber oder so. Ich klingel gleich. Ich klingel dich in die Bannanträge rein. Alter, die machst du gar nicht überall dabei? Die Mütze? Hey. Okay, Freunde, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich hatte gerade einen Unfall, Digga. Gott, verdammte Scheiße, Bruder. Ich weiß nicht, ob mein Fuß gebrochen ist. Hier ist gerade einer rausgefahren rückwärts und der hat mich nicht gesehen. Gigant hat ja auch einen Unfall, also. Ey, das passiert schnell, Jungs. Deswegen schätzt jeden Tag eures Lebens. Also, wenn du jetzt innerhalb von fünf Sekunden rauskommst, gebe ich dir fünf Millionen. Das ist ein Deal, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Eins. Das schaffe ich nicht. Ich kann mich hier in ein Blatt Papier verwandeln, Digga. Das wird so nichts. Ja, das war es mit den fünf Millionen. Scheiße nochmal, Digga. Die hätte gerne genommen. Ja. So, wolltest du jetzt heute noch rauskommen, oder? Ja, nee, so. Sag mal, wer bist du denn? Braust du einen Hustenbonbon oder was? Ja, nee, nee, ja, was? Aber ich wollte einfach nur zu gucken, wie du hier rauskommst. Ja, das wird der Rest dann kritisch. Ich kann weiß, dass du noch ein bisschen auslässt. Guck mal, wir machen die Berufsruhe zwei Millionen. Ich war dich einfach. Wenn die da rauskollt, braust du es? Okay, so hat das nicht gesagt. Braust du? Nee, wie hat das gesagt? Scheiße. Hat für zwei Sprauche. Eine Umarmung. Ein Kuss auf die Wange. Nicht ich, also Eldos. Nee. Doch. Komm, so bitte. Mach du es so. Nein. Der ist verliebt in dich. Ja? Der ist verliebt in dich. Aber ich habe ihn. Doch. Er ist süß, du wirst sehen. Oh. Ah. Eldos. Äh. 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 Oh, das habe ich nicht verstanden. Oh nein, was ist das für ein Clip? Weißt du, was er gemacht hat? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der hat mich in seinem Stream mit Timeoutes und hat gesagt, sieht das die Isar hier ist im Chat? Und er war so lost, dass er es nicht gemerkt hat und hat dann einfach in den Chat reingeschrieben, Dua Lipa größer Isar. Ich finde es gut. Er hat geschrieben, dass Dua Lipa... Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, aber in Bezug auf was denn? Körpergröße, Körpergröße, Körpergröße. Ja, es kann ja auch sein, dass er sagt, Dua Lipa ist dümmer als Isar zum Beispiel. Und deswegen größer. Genau. Also ich glaube zum Beispiel Sascha ist jemand, der wirklich an den richtigen Werten auf die richtigen Aussagen trifft und ich glaube Isar manchmal... Echt? Die sind echt getrennt? Oh mein Gott. Dua Lipa und ihr Freund sind getrennt? Was? Verstehst du den Ding auch ein bisschen falsch? Nein, ich hab's nicht weit verstanden in dem Moment. Danke dir. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass das einfach auch jetzt mal so gesehen wird und akzeptiert wird. Und Doc, danke dir dazu, dass du wenigstens jemand bist, der so weit... Also... Ja, und dann stand ich da scheiße. Dann stand ich da scheiße. Genau. Danke dir. So. Das lohnt sich nicht mehr. Du Huren. Du Huren. Du Huren. Ey, Kevin hat mal in meinen Stream so einen Link reingeschickt und mir, ich glaube, per Nachricht geschickt, meint so, klick mal drauf. Und dann war das so ein Gesicht, was übelst laut war und so gruselig war. So höllig laut. Da hab ich mich auch so derbe erschrocken. Und dann hab ich das sehr angeschickt und der hat sich das auch angeschaut. Hat sich auch derbe erschrocken. Ich bin einsam, aber kümmern sich um dieses Hund nicht so. Um dieses Hund nicht so. Oh. Au. Nicees Video. Ey, sorry, aber ich kann mir einfach... Ich bin so unnussig, wenn jemand in die Cam fuhrt oder in die Stream fuhrt. Ich verstehe das nicht. Deswegen skippe ich das aber. Woah. Hahaha. Bis zum nächsten Mal.